Darum solltest du Ratten lieben. Ratten können Krankheiten und Sprengstoff riechen. Und, total süß, Ratten halten zusammen und helfen sich. Sie waschen sich gegenseitig, teilen Essen, kuscheln und spielen miteinander. Sie meiden eigentlich uns Menschen und sind nicht aggressiv. Ratten fressen Müll und hauchen nur auf, wenn es zu viel davon gibt. Sie haben zwar einen schlechten Ruf, aber...